Nach dem wohl besten Pre-Intro des Jahres 2016 Darf ich euch herzlich zu einem neuen Video begrüßen Jo Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Ja, wie schon gerade erwähnt, das beste Pre-Intro 2016, habt ihr gesehen Vor zwei Wochen kam das letzte Video Es von Ferien, da habe ich Videos gemacht In der einen Woche, in der anderen Woche nicht Und dann habe ich nach dem Ferien Praktikum Habe ich jetzt immer noch, bin jetzt in der zweiten Woche beim Praktikum von insgesamt drei Und wenn ich nach Hause komme, ist es halb fünf Und ich muss so gegen sechs Uhr auf meine Schwester aufpassen Also habe ich ungefähr eineinhalb Stunden Zeit, ein Video aufzunehmen Zu cutten, hochzuladen Und darauf habe ich keinen Bock Deshalb brauche ich ein Video am Wochenende eins machen Denn am Wochenende hatte ich auch keine Zeit Oder ich habe eigentlich nicht wirklich Zeit gefunden Ich wollte einfach nur, ich habe ein paar Filme geguckt und so weiter Ja, also so kommt es, dass man nach zwei Wochen endlich mal wieder ein Video aufnimmt Obwohl ich eigentlich mir vorgenommen habe, jede Woche mindestens ein Video zu bringen Was ich auch jetzt sage, ich bringe jede Woche mindestens ein Video Heute kommt mal endlich das Video am PC zocken Ja, ich zocke Black Ops 2 auf dem PC Weil Black Ops 1, da muss man über das Server machen und so weiter Und ich habe voll Bock auf Black Ops 2 Und eigentlich bin ich gar nicht so schlecht Ich hatte schon eine Runde aufgenommen Und natürlich war die Einstellung hier nicht richtig Ja, auf jeden Fall zocken wir mit der MTA Wir sind jetzt Level 20, also noch kein Plünderer freigeschaltet Aber ich denke, wir werden irgendwie eine AN oder so aufheben Da laufen genug Leute mit denen rum Das sind die Streaks und dann habe ich zu sagen, los geht's New Town Oh Gott, was mache ich hier Ey, der legt sich nicht hin, Mann Er hat sich einfach nicht hingelegt So Jetzt erstmal chillen Alter, die sind alle in der Mitte Nein, lad nach Oh mein Gott, Alter Oh mein Gott, Alter Was war da denn Was war da jetzt los, Jungs, ey Ohne Scheiß Lauf, Hust So, komm Ey, du, dicker, verschrik ich, Mann Ja, ey, ich krieg zwei Schüsse und ich bin tot Jungs, wahrscheinlich, oder? Als ob er jetzt keine Kills macht, Alter Verarsch mich nicht Der, reißte noch mal ein Orbi Hau noch ein Orbi Hau noch ein Orbi Ah, gut Ah, Mates, Alter Ihr seid die Besten 21,9, erste Halbzeit, Jungs Das ist mega gut für PC, Alter Für meine Hände Wäre zu geil gewesen Ah, die AN ist hier wirklich überpowered auf PC, ne Ach Gott, uns bravo gar nicht mehr Sehr schön Junge, Junge Hätt ich ihn jetzt nicht geholt, ne Mein Gott Warum renne ich da rein Weißt du, ich bin ja schon scheiße auf dem PC, ne Ah, die anderen Die tun immer so auf Pro-Spieler, Alter Weißt du Und die sind eigentlich wirklich gar nicht besser 36,23 Geht doch voll fit Also für auf PC Dann würde ich sagen Ich hoffe, das Video hat euch gefallen Bewertet, dass es kommentiert ist Um dann Bis nächste Woche Oder bis diese Woche noch Keine Ahnung Ich glaube nicht Diese Woche Aber dann Bis zum nächsten Video, Leute Ciao